Nehmt ihr das auf? Hör auf, nein! Na klar, nehmt ihr das auf. Probat nicht, das kann ich nicht mehr. Nee, hat's Spaß, ich mach's da schön. Ich glaub, aber nächstes Jahr muss ich mir das nicht normal machen. Und Inka muss jetzt unterwegs sein Leben retten. Ja, Inka, irgendwie vor der Autostadt ist vorher jemand zusammengebrochen. Und wir müssen natürlich anhalten, um die erste Hilfe zu reißen. Hier im Zimmer. Was war denn da passiert? Wolltest du dir was sagen? Von mir, nicht einfach so. Bring dir nicht die Frauen durcheinander. Aber dann hab ich angehalten. Du brauchst ja eine gute Zeit, oder? Du brauchst ja eine gute Zeit, oder? Wo kommst du her? Helfe schwingen! Helfe schwingen! Helfe schwingen! Helfe schwingen!